Herzlich Willkommen, melde ich mich hier zurück vom leitstellenspiel.de. Hier spricht Verbandsleiter Felix und ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf unserer Einsatzkarte. Inzwischen ist auch unser Löschfahrzeug LF 2016 am brennenden Laub in der Elisabeth-Schwarz-Hauptstraße in Röttgen eingetroffen. Das ist ja sehr schön und wir werden da warten müssen bis Mülleimer brandt. Wo, 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 wo? Äh, dies Dorf. Da ist dies Dorf. So, ich mach das über die Leitstelle. Ich weiß irgendwie nicht, wie das anders funktionieren soll. Wir haben einen offenen Mülleimer brandt. Da alarmier ich die hier, sage alarmieren und wähle den Wagen aus, alarmieren. Und sie sind informiert. Das ist sehr schön. Die fahren da jetzt hin. Die sind da wahrscheinlich eine ganze Weile unterwegs. Und derweil schaue ich mal an, was ich so machen kann. Kostet es etwas, einen Verband zu gründen? Nennen wir den Verband... Wie nennen wir den Verband? Simu-Bro-Rettungskreis. Das kostet 25 Coins. Ne, also erstmal schauen. Muss ja nicht sein. Was nicht sein muss, muss nicht sein. Wir wollen erstmal die Mülleimer brandt in Duisdorf löschen. Das ist am Bahnhof. Oh, da ganz hinten muss er hin. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt echt was dauern. Ähm, so, was können wir uns hier angucken? Sound an. Natürlich, machen wir erstmal den Sound an. Hört man jetzt hier was? Hört man was? Hört man was? Ah, man hört was. Das ist doch schön. Ah, dann ist es wahrscheinlich neuer. Brennende Papiercontainer in der Merler Allee. Gut, dann schnappe ich mir das hier. Schicke den hin und... So. Alarmieren. Äh, die sollen da hinfahren. So, okay. Wurde erfolgreich alarmiert. Ich brauche kurz Kopfhörer, wenn jetzt ja doch Ton da ist, ne? Sonst werdet ihr ja dumm, dösselig hier, so. Weil sonst haben wir über das Mikrofon und über... Und über das Aufnahmeprogramm. Da kriegt man ja Anfalle von. So, Mikrofon. Kopfhörer. Rein da. Rein da. Rein da. Äh, so, 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 so. Weil noch ist noch nichts Neues eingegangen. Das ist schön. Ähm, sollen wir uns mal ein drittes Fahrzeug kaufen? Ne, wir... Ne, 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 wir übertreiben es lieber erstmal nicht. Wir übertreiben es lieber erstmal nicht. Ähm... Dann... Beschränken wir das Ganze doch mal so, so, so. Ne, das sieht blöd aus. Da habe ich euch jetzt ja mal hier was Blödes gemacht. Blöse ausrollen, so. So, wie der Ganze... Wie das Ganze Bild. Ähm, brennende Papiercontainer. So, die sind wahrscheinlich gelöscht. Und der ist immer noch auf dem Weg zu den brennenden Papiercontainern. Das ist ja ein Ding. Ich sag's euch. Geht nicht zu... Doch, geht zu Polizei... Äh, Feuerwehr. Ich wollte eigentlich nur Feuer-Polizeiwache gründen, aber die ist zu teuer. Viel zu teuer für mich. So, äh, gut. Aktuell gibt es nichts Neues. Das ist ja ein Ding. Das ist ja echt ein Ding. Was gibt's denn an News? Hallo zusammen. Kennt ihr eigentlich schon die Funktion, dass man Freunde werben kann? Und das Bessere ist, wenn euer beworbener Freund befördert wird, bekommt ihr jedes Mal zwei Coins auf euer Konto geschrieben. Also, auf was wartet ihr noch? Wie das geht, klickt auf Profil und dann auf Spiel weiter empfehlen. Los geht's. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, empfehle ich dieses Spiel auf meinem Kanal weiter, wenn das geht und keine neuen Einsätze da sind. La 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 la. So, und dann packe ich den Link direkt gleich mal hinten bei mir auf die Internetseite, damit ihr losspielen könnt. Denn sonst ist hier ja irgendwie gerade nichts zu tun für mich. Ich bin immer noch drauf am Warten, dass der Kollege sich dem Mülleimer-Brand nährt. Das können sie auch mit einem Feuerlöscher machen, aber soviel zur Zivilcourage, ne, will ich ja nicht sagen. Da, der löscht immer noch einen brennenden Papiercontainer, ja. Hm, mehr kann man jetzt irgendwie gerade nicht machen. Ich würde vorschlagen, ich packe den Link zu diesem Spiel und alles mögliche direkt mal auf meine Internetseite. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten lasst auch noch ein Abo da, wenn es euch super gefallen hat und ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss, tschüss und bye bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.